Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich habe mir mal gedacht, ich habe noch etwas Maniok Mehl da, was kann ich daraus machen? Jetzt hat meine Frau gesagt, für heute Abend hätte sie gerne Baguette. Wieso nicht? Machen wir mal Maniok Baguette. Kenne ich noch nicht, noch nie ausprobiert. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich habe mir aus meinem Maniok Mehl, wie so häufig, also ich teste es ja nur zu Hause im Betrieb, nehmen wir es nicht her, dafür ist es zu teuer. Ja, also ich würde es mir noch mal kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, die Sachen, die ich bis jetzt gebacken habe, die waren wirklich lecker und auch das größte Qualitätszeichen, meine Tochter hat es gegessen, damit muss es gut sein. Also ich würde es noch mal kaufen, auch zu dem Preis, weil ich verbrauche ja nicht sofort ein Kilo, sondern ich nehme es nur als Geschmacksgeber her. Dafür hält es halt sehr lange. Auch so ein Kilo. Auch hier habe ich jetzt nur 100 Gramm genommen, das heißt, ich könnte jetzt zehnmal die Baguette machen, bevor das Mehl aufgebraucht ist und dafür ist der Preis dann doch wieder okay. Ich habe mir ein Quellstück gemacht gestern Abend. Ich habe 100 Gramm Maniok Mehl genommen, habe es mit 200 Milliliter lauwarmen Wasser übergossen, habe es verrührt, da entsteht diese zähe Masse, habe es dann mit einem Teller abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt. Das ist einfach, damit es noch etwas mehr Geschmack entwickelt. Das hat ja so einen leicht nussigen Geschmack und damit unterstütze ich das einfach nur ein bisschen. Für meine Baguette habe ich mir 400 Gramm Weizenmehl hergerichtet, der Type 1050. dazu kommen 8 Gramm Hefe, 8 Gramm Salz, 170 Milliliter laubarmes Wasser und mein Maniok Quellstück. Das gebe ich da rein und das lasse ich jetzt kräftig kneten vor meiner Maschine, denn ich möchte, dass die Baguette hoch werden und nicht flach und dafür brauche ich einen gut ausgearbeiteten Kleber und dafür muss der Teig gut geknetet werden. Ich werde es jetzt drei Minuten vermischen lassen bei der ersten Stufe und dann zwölf Minuten kräftig kneten bei der zweiten Stufe. Mein Teig ist jetzt gut durchgeknetet, hat eine sehr schöne Konsistenz. Den werde ich jetzt mit einem Küchentuch abdecken. In den Kühlschrank stellen für ungefähr drei Stunden. Da entwickelt die Hefe sich einfach langsamer. Dadurch entwickelt sich der Teig besser vom Aroma her, wird einfach geschmacksintensiver, bekömmlicher. Hat eigentlich nur Vorteile, wenn du den in den Kühlschrank stellst und nicht bei Raumtemperatur. Also ab hier den Kühlschrank für drei Stunden. Drei Stunden später, richtig schön, sehr schön hergegangen. Jetzt werde ich den einmal aus der Schüssel nehmen. Dann schau ich mir mal an wie schwer es ist. 919 Gramm. Das heißt wir machen zwei Baguette. A 450 Gramm. Sehr gut. Jetzt versuche ich den Teig gar nicht großartig zu bearbeiten. Ich ziehe ihn etwas lang, schlage ihn hier ein, dann rolle ich ihn hier ein. Ganz vorsichtig. Und rolle ihn einfach nur auf die gewünschte Länge. Neue ich eine Backfolie. Auf der möchte ich es backen. Leg es mit dem Schluss nach unten. Nach hier. Und leg es einfach mit dem Schluss. Den sieht man ja hier nach unten aufs Backblech. Dasselbe mache ich hier. Ich könnte es jetzt natürlich ausstoßen und dann erstmal schon alles flach drücken. Aber dann würde ich das Ganze, was die Hefe bis jetzt geleistet hat, einfach kaputt machen. Das möchte ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie nochmal zwei, drei Stunden warten, bis ich es backen kann. Sondern ich möchte es bald backen. So würde es jetzt aussehen. Die decke ich jetzt mit einem Küchentuch ab. Jetzt kommt es mal wieder darauf an, wie viel Zeit ich investieren möchte. Ich könnte es natürlich wieder in den Kühlschrank stellen. Dann wieder, ich schätze mal so zwei Stunden warten. Dann im Backofen. Ich werde es jetzt eine Stunde bei Raumtemperatur stehen lassen. Und dann gebe ich sie in den Ofen rein. Meine Baguette lagen jetzt eine Stunde. Richtig schön hergegangen. Den Ofen habe ich auf 210 Grad Umluft gestellt. Jetzt werde ich die Baguette einmal schön einsprühen. Heute gibt es mal keine Mehlkruste, sondern ich möchte glatte Baguette haben. Deswegen spreche ich sie jetzt schön ein. Das macht die Oberfläche glatter. Und dann schneide ich sie noch ein. Hoppala. So, so kommt sie jetzt in den Backofen. Noch mal ein bisschen Feuchtigkeit drauf, weil ich heute kein Blech im Ofen habe. Und jetzt gebe ich sie rein. 28 Minuten später sehe meine Baguette so aus. Ich werde es jetzt einmal schnell absprühen, um den Glanz etwas zu erhöhen. Da sollte man jetzt nicht warten, sondern es wird immer abgesprüht, sobald es aus dem Ofen kommt. Denn da ist es noch recht heiß. Die Feuchtigkeit kann sofort verdunsten. Wenn ich jetzt da warte, bis es abgehöhlt und dann absprühe, habe ich eine glitschige Kruste. Und das ist wirklich nicht toll. Und wie findet ihr die jetzt? Optisch muss ich gestehen, mittelmäßig. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Das Maniokmehl ist glutenfrei. Und ich habe ja 100 Gramm benutzt auf 400 Gramm Weizenmehl. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Also da muss ja das Weizenmehl schon einiges ausgleichen. Das hier, ja der eine Schnitt ist etwas doof, dass der überhaupt nicht aufgegangen ist. Das hier sieht recht okay aus. Es hätte etwas mehr hergehen können. Jetzt bin ich natürlich gespannt auf den Anschnitt. Wenn das Pornbild nicht extrem fein ist, dann sind sie schon okay. Mein Baguette konnte jetzt komplett auskühlen. Jetzt bin ich natürlich auf das Pornbild gespannt. Ich meine, es ist ja klar, wenn ich so viel glutenfreies Mehl verwende, dass es nicht so mordsmäßig aufgehen wird. Und dass ich jetzt nicht solche Porn haben werde. Das ist ja von vornherein klar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es ausschaut. Es ist ja auch für mich der erste Test. Jetzt schauen wir uns mal an. Kruste für so ein Baguette. Okay. Das ist jetzt eher Richtung feinporig. Es ist noch okay. Wirklich, hier ist eine recht große Pore. Die hier sind auch okay. Ja, es ist schon okay. Es ist jetzt nicht so, dass es brutal fein ist. Es ist aber nicht wirklich groß. Es riecht leicht nussig. Geschmacklich, was soll man sagen. Dieses Mehl ist einfach toll. Ich mag es sehr gerne. Man sieht ja, sehr gut durchgebacken. Wenn ich hier reindrücke, ist es wieder sofort zurück. Geschmacklich eine leichte Nussnote beim schönen Weizenmehl. Super. Also ich würde es gerade nochmal machen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr packt es mal nach. Schreibt mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hel 할게요. Na rohe woh. Vielen Dank.